Ich glaube, ich stehe im Wald. Hallo Leute, ich hoffe, ihr seid alle fit. Heute gucken wir uns die Klosterruine Limburg an. Das war mal eine ehemalige Burg, wurde dann umgebaut zum Kloster, zu einer Benediktinerabtei. Das Ganze ist im romantischen Stil gehalten. Und im Moment sind wir jetzt schon auf dem Vorhof quasi, und zwar auf dem Gottschalkskulpturenweg. Und das Ganze gucken wir uns jetzt mal an. Viel Spaß, Freunde. Viel Spaß, Freunde. Viel Spaß, Freunde. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war die Klosterruine Limburg. Ich hoffe es hat euch gefallen. Es ist mega hier. Der Ort hat eine Wahnsinnsstimmung. Also das ist wirklich, muss man erleben, definitiv. Hier gibt es auch Veranstaltungen. Also man kann hier auch glaube ich Hochzeiten feiern. Ein mega schönes Standesamt. Und da drin so richtig, ich muss noch mal heiraten. Also wirklich ein Traum, gell. Unbedingt angucken. Wenn ihr in der Nähe seid, plant es mit euch. Wunder, wunderschön. Wir sind jetzt noch einmal rund durch die Klostergarde gelaufen. Und ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, kann ich absolut empfehlen. Auf jeden Fall einmal vorbeigucken. Richtig, richtig toll. Dieser Mittelgang, der war leider gesperrt. Immer wieder ein Bauzaun drumherum. Konnte man jetzt halt leider nicht hoch. Es gibt hier keinen Eintritt. Es gibt zwar eine Burgschenke, aber es wird kein Eintritt verlangt. Da ist es ja immer ein bisschen schwierig mit dem Restaurieren, Sanieren, wie auch immer. Aber auf jeden Fall sehr, 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 sehr sehenswert. Absolut. Ich hoffe, bleibt es. Euch hat es gefallen. Bleiben schön gesund. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.